Reise- und Annulationskostenversicherung Mit dem Buchen einer Ferienreise ist man häufig mit der Frage konfrontiert, ob man eine Annulationskostenversicherung abschließen will. Diese Versicherung übernimmt die Kosten des Reisearrangements, falls man aufgrund definierter Ursachen die Reise nicht antreten kann. Zu diesen Ursachen gehören meistens Krankheit, Unfall oder Tod eines Versicherten, Familienangehörigen oder einer nahestehenden Person, schwere Beeinträchtigung des Eigentums des Versicherten am Wohnort, Streik, Unruhen oder Naturkatastrophen am Ferienort, ärztliches Reiseverbot infolge Schwangerschaft, Eintritt nach Buchung der Reise, Verlust der Arbeitsstelle nach Buchung der Reise, Diebstahl persönlicher für die Reise unerlässlicher Dokumente, Meldung bei Polizei, Verspätung und Ausfall des öffentlichen Transportmittels oder Privatfahrzeuges beziehungsweise Taxi, wegen Unfalls oder Panne auf der Anreise, Unvorhergesehener Stellenantritt eines Arbeitslosen nach Buchung der Reise, Gerichtsvorladung als Zeuge oder Geschworener bei einem unaufschiebbaren Gerichtstermin in der Reisezeit, Bucht jemand während eines Kalenderjahres mehrere Reisen, lohnt sich häufig eine Jahresannulationskostenversicherung, anstatt bei jeder Reise eine separate Annulationskostenversicherung abzuschließen.